Ja, ja, ich warte, danke. Oh, bist du auch in der Nähe? Wer ist hier? Wir sitzen gleich hinten an, holt ihr was zu bringen. Nachher, wir machen jetzt danach eine halbe Stunde. Party-Time, seid ihr wieder dran. Und dann kommt Hip-Hop. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und die Jury wird uns dann auch ein bisschen was zeigen, was die so drauf haben. Aber wir machen jetzt mal die Kategorie hausfertig und nachher schauen wir euch jetzt mal, wie Hip-Hop aussieht. So, wie sieht's aus, seid ihr bereit fürs Finale? Ich hör raus, seid ihr bereit fürs Finale? Okay, zwei Runden an jeder Zeit. Und DJ, let's go! Wo sind die Herzen? Go, Julik, die Kamera geht. Ja, 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 ja. Wo sind die Hände? Komm, ich sag! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Wuhuuu! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Beispiel 3, 2, 1 Und WECHSEL ¡EIN! Musik Zwei, drei, und weiteres Song. Letzter Song. Und zweite Runde. Zwei, drei, und weiteres Song. Zwei, drei, und weiteres Song. Zwei, drei, und weiteres Song. Und dann steh ich euch hier. Einen Applaus für die zwei Finalisten, die Gigi Gigi. Und jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr, wer soll die Gigi Haus heute gewinnen? Seid ihr der Meinung, dass die Registreit-Jur League heute der Champion in der Hauszeit sein sollte? Einen Applaus für die Gigi Gigi. Einen Applaus für die Gigi. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Gigi seit Hoher aus Frankfurt die Runde gewinnen solltet. Einen Applaus für die Gigi. Schauen wir mal, was die Jury entscheidet. Jury, drei, zwei, eins. Einer ist, zwei Wochen der Tagessieger.